Musik Die Fuchs AG begann mit der Fertigung der elektrischen Oberleitungen von mehr als einem Jahrzehnt. Anfangs beschäftigten wir uns mit der Fertigung von Tragseilen. Als Grundmaterial benutzten wir neben Stahlseilen Kupfer und Bronze. Später wurde das mit der Fertigung von Fahrleitungsdrähten aus Kupfer ergänzt. Anwendungsgebiete sind das Leistungsnetz von Strombahnen und die Stromversorgung der städtischen Verkehrsmittel mit Stromantrieb, wie zum Beispiel Strassenbahnen, Robusse und örtliche Bahnen. Die Tragseile der Eisenbahnoberleitungen werden heute aber immer aus Kupferbasislegierung hergestellt, die bei der Anwendung auf diesem Gebiet unter dem Namen Bronze erwähnt sind. Dank der Legierung weisen die Seile eine höhere Zugfestigkeit auf. So spielt neben der Stromleitung auch die Tragfähigkeit der Seile eine wichtige Rolle. In fast jedem europäischen Land werden diese Materialien zum Tragen der Fahrleitungen verwendet. Die Fuchs AG beschafft die Kupfer- und Bronzedrähte von zertifizierten Grundwerkstoffherstellern mit guten Referenzen. Leitungsseile aus Kupfer werden beim Bau von elektrischen Oberleitungen vor allem zu Erdungs- und Anschlusszwecken verwendet. Sie können noch als Hängeseil und bei Konstruierung von Schalt-, Um- und Speiseleitungen benutzt werden. Wo die Leitung auch eine Tragfunktion hat, werden dort Bronzeleitungsseile eingesetzt. In Ungarn wird derzeit nur dieser Werkstoff verwendet. Der andere ist CU AG 0,1, ein Produkt aus Silberlegierung. Die Fahrleitungen aus diesem Material zeichnen sich vor allem durch die sogenannte Warmfestigkeit aus. Das bedeutet, dass die Leitungen, die bei grosser Belastung aufgewärmt werden, ihre Festigkeit nicht verlieren. Sie werden bei Bergbahnen bzw. bei Eisenbahnen eingesetzt, die mit über 200 kmh fahren. Die Fuchs AG prüft alle seine Produkte in ihrem eigenen Laboratorium. Sie werden den Normvorschriften gemäss zertifiziert und mit Qualitätszertifikat versehen. Die Philosophie der Fuchs AG besteht in der gleichbleibenden guten Qualität bei der Beschaffung, bei der Produktion und beim Verkauf, sowie in der kontinuierlichen Produktentwicklung, die sich den Marktbedürfnissen flexibel angepasst wird. In Europa werden zweierlei Grundwerkstoffe verwendet. Der eine ist das Kupfer mit dem Zeichen CUH. In Ungarn wird derzeit nur dieser Werkstoff verwendet. Der andere ist CUH AG 0,1, ein Produkt aus Silberlegierung. Die Fahrleitungen aus diesem Material zeichnen sich vor allem durch die sogenannte Warmfestigkeit aus. Das bedeutet, dass die Leitungen, die bei grosser Belastung aufgewärmt werden, ihre Festigkeit nicht verlieren. Sie werden bei Bergbahnen bzw. bei Eisenbahnen eingesetzt, die mit über 200 kmh fahren. Die Fuchs AG prüft alle seine Produkte in ihrem eigenen Laboratorium. Sie werden den Normvorschriften gemäss zertifiziert und mit Qualitätszertifikat versehen. Die Philosophie der Fuchs AG besteht in der gleichbleibenden guten Qualität bei der Beschaffung, bei der Produktion und beim Verkauf sowie in der kontinuierlichen Produktentwicklung, die sich den Marktbedürfnissen flexibel angepasst wird. Die Tragseile der Eisenbahnoberleitungen werden heute aber immer aus Kupferbasislegierung hergestellt, die bei der Anwendung auf diesem Gebiet unter dem Namen Bronze erwähnt sind. Dank der Legierung weisen die Seile eine höhere Zugfestigkeit auf. So spielt neben der Stromleitung auch die Tragfähigkeit der Seile eine wichtige Rolle. In fast jedem europäischen Land werden diese Materialien zum Tragen der Fahrleitungen verwendet. Die Fuchs AG beschafft die Kupfer- und Bronzedrähte von zertifizierten Grundwerkstoffherstellern mit guten Referenzen. Leitungsseile aus Kupfer werden beim Bau von elektrischen Oberleitungen vor allem zu Erdungs- und Anschlusszwecken verwendet. Sie können noch als Hängeseil und bei Konstruierung von Schalt-, Um- und Speiseleitungen benutzt werden. Wo die Leitung auch eine Tragfunktion hat, werden dort Bronzeleitungsseile eingesetzt. In Ungarn wird derzeit nur dieser Werkstoff verwendet. Der andere ist CU AG 0,1, ein Produkt aus Silberlegierung. Die Fahrleitungen aus diesem Material zeichnen sich vor allem durch die sogenannte Warmfestigkeit aus. Das bedeutet, dass die Leitungen, die bei grosser Belastung aufgewärmt werden, ihre Festigkeit nicht verlieren. Sie werden bei Bergbahnen bzw. bei Eisenbahnen eingesetzt, die mit über 200 kmh fahren. Die Fuchs AG prüft alle seine Produkte in ihrem eigenen Laboratorium. Sie werden den Normvorschriften gemäss zertifiziert und mit Qualitätszertifikat versehen. Die Philosophie der Fuchs AG besteht in der gleichbleibenden guten Qualität bei der Beschaffung, bei der Produktion und beim Verkauf, sowie in der kontinuierlichen Produktentwicklung, die sich den Marktbedürfnissen flexibel angepasst wird. In Europa werden zweierlei Grundwerkstoffe verwendet. Der eine ist das Kupfer mit dem Zeichen CU E. In Ungarn wird derzeit nur dieser Werkstoff verwendet. Der andere ist CU AG 0,1, ein Produkt aus Silberlegierung. Die Fahrleitungen aus diesem Material zeichnen sich vor allem durch die sogenannte Warmfestigkeit aus. Das bedeutet, dass die Leitungen, die bei grosser Belastung aufgewärmt werden, ihre Festigkeit nicht verlieren. Sie werden bei Bergbahnen bzw. bei Eisenbahnen eingesetzt, die mit über 200 kmh fahren. Die Fuchs AG prüft alle seine Produkte in ihrem eigenen Laboratorium. Sie werden den Normvorschriften verwendet.